Musik Hoi Jan, ja, ich bin der Olivier Samter. Ich habe Trickfilm studiert ursprünglich in Luzern und habe aber auch gemerkt, dass mich sehr viele Sachen interessieren. Mich interessiert nicht nur über Filme machen, sondern auch illustrieren, zeichnen, Comic machen. Ja, lieber Jan, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wer bin ich? Was bin ich? Ich bin, wie wahrscheinlich viele deiner Gäste, ganz verschiedenes. Also von der Ausbildung her Philosoph. Also hallo miteinander, ich bin Zapir, ich komme aus Zürich. Beruflich bin ich Transformationsmanagerin und in meiner Freizeit, wie man so schön sagt, also wie mir immer gesagt wird, Behindertenrechtsaktivistin. Alle Interviews vom letzten Monat gibt es als Podcast auf den Podcast-Plattformen oder in der Beschreibung von dem YouTube-Video. Viel Spass beim Hören. Tschüss zusammen.